So Leute, heute habe ich mal was Lustiges dabei. Heute bin ich nicht alleine, sondern heute werden wir mal den Kerl so richtig durchschütteln. Na, hast du Angst? Ja, und zwar, nee, es ist keine Angst, es ist eigentlich nur Respekt. Respekt ist immer gut. Weil das Ding ist leicht und hat sehr, sehr viel Power, deswegen habe ich Bock drauf. Aber es geht in eine Dimension, die ich normalerweise nicht kenne und deswegen bin ich schon aufgeregt. Ich fühle mich auf jeden Fall mit dem Anzug jetzt männlicher, als ich eigentlich bin. Steht ja auch sehr gut. Solltest du fast behalten, ne? Flieger haben wir auch am Start. Richtig gut. Und fliegst du quer, siehst du mehr, ne? Ja, richtig gut. Ich hoffe, wir fliegen ein bisschen quer. Es wird quer geflogen, ich bin ziemlich sicher. Wir machen jetzt gleich einen Schnitt und dann machen wir, wie er hinterher wieder gelandet ist und dann schauen wir uns mal an, wie es geht. So, finale Worte? Letzte Worte. Letzte Worte. Ich bin jetzt wirklich, ich weiß, ich fühle irgendwie gerne alles. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll, weil ich bin so ein unfassbarer Vorfreude, ganz ehrlich, weil die Schweizer Alpen mega, der Marc ist die Schweizer Präzision in Person. Das ist geil. Und ja, dieses Thema Präzision, was uns alle verbindet mit den schönen Weckern, das lebt der da zu 1000% und das gibt mir gerade Ruhe. So, jetzt schauen wir mal, wie es dem Kerl nach dem Flug geht. Na, wie ist die Lage? Geht's noch? Soll ich stützen? Ja, stütz mich bitte. Nein, es ist alles gut. Ich bin hin und her gerissen. Ich bin ultra glücklich. Es ist irgendwie so ein ganz komisches Glücklichkeitsgefühl. Das ist unbeschreiblich. Gleichzeitig ist mir ultra schlecht. Seit mir zwei Minuten, seitdem wir zwei Minuten... Echt, seit Anfang an? Ja, seit Anfang an ist es mir schlecht. Es ging mir ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Aber es ist, ich habe ein ganz, ganz... Ich kenne das Gefühl nicht. Okay. Ich habe das noch nicht gehabt. Also ich bin so ganz glücklich, aber ich bin auch so ein bisschen wehmütig. Ich bin so ein bisschen traurig vielleicht auch. Ich weiß es nicht, dass es vorbei ist. Muss man öfter machen. Aber ich bin auch glücklich. Kann man öfter machen? Kann man definitiv öfter machen. Schreiz von oben ist jetzt auch nicht so schlecht. Schreiz von oben ist wirklich eine sehr, sehr schöne Nummer. Über Kopf auch gut? Über Kopf. Über Kopf war das Allerschönste. Allerschönste. Das Allerschönste, diese Rolle zu machen. Das ist großartig. Und dann das Looping auch. Oh, nett. Göttlich. Nur die Gehkräfte auf dem Magen von oben nach unten. Das ist nicht mein Ding. Ich mag die Gehkräfte lieber rechts und links. Ihr seht es. Die Prüfung bestanden, würde ich behaupten. Danke. Jetzt lecker was essen. Ich brauche jetzt erst was zu trinken. Oder ordentlich Zucker reinballern und dann geht's weiter. Und dann essen wir was. Alles klar? Danke dir. Danke dir. Also wenn ihr jetzt auch mal mitfliegen wollt, dann müsst ihr den Flug beim Markt buchen. Wir lassen den Link irgendwie in den Captions. Und wenn ihr das ganze Video von Matthias sehen wollt, dann müsst ihr das auf seinem Kanal schauen. Auch da machen wir irgendwo eine Verlinkung wahrscheinlich. Alright. Alright. Vielen Dank.